Guten Morgen zusammen, heute ist Donnerstag, der 5. März, es ist halb 10 Uhr, wir haben ca. 16 Grad hier in Puerto de la Cruz, wie man sehen kann, es ist ein bisschen wolkig wechselhaft heute, deswegen haben wir uns für heute vorgenommen in den Süden der Insel zu fahren, nach Playa Las Americas, da waren wir letzte Woche schon mal, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut, heute wollen wir am Strand entlang oder an der Strandpromenade entlang in die andere Richtung laufen nach Costa Adeche und dann wieder zurück, wollen uns irgendwo eine Stunde an den Strand setzen und dann schauen wir mal, was wir sonst noch dort machen, das heißt also auf geht's Richtung Sonne, Richtung besseres Wetter im Süden, auf geht's in den Tag. Wir haben wieder alles richtig gemacht, hier im Süden scheint die Sonne, wir mussten heute nicht ganz so weit fahren, bis die Sonne scheint schon, in Santa Cruz war das Wetter deutlich besser als bei uns und ja, wir genießen hier jetzt einfach die Sonne. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Wir haben unseren Spaziergang beendet, es war am Ende ziemlich windig. Wir sind jetzt hier nur bei der Siam Mall, einem schönen Mall mit offenem Bereich, ein bisschen asiatisch eingerichtet. Und ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause und das war's für heute.